Wir haben alle Bewegungen. Der Rest ist wie immer learning by doing. Herr Kapellmeister, bitte! Du bist wirklich sau-dumm. Darum geht's dir gut. Hass ist eine Attitüde. Ständig kocht dein Blut. Alles muss man dir erklären, weil du wirklich gar nichts weißt. Höchstwahrscheinlich nicht einmal. Was hat die Ziele? Der Rest sehende Gewalt ist nur ein stummer Schrei nach Frieden. Deine Springerstiefel sehnen sich nach Zärtlichkeit. Du hast nie gelernt, dich zu artikulieren. Und deine Eltern hatten niemand für die Zeit. Abschloch! Warum hast du Angst vor Streichen? Was soll all das Herz? Und dafür, wer kratzt mit Eichen? Weil sie schrägt dein Herz. Und Romantik ist für dich nicht bloß graue Theorie. Zwischen Störkraft und den Onkel schwebte Kuschel-Rogelpie. Deine Gewalt ist nur ein stummer Schrei nach Frieden. Deine Springerstiefel sehnen sich nach Zärtlichkeit. Du hast nie gelernt, dich zu artikulieren. Und deine Eltern hatten niemals viel Hitzeit. Ohohoho! Arschloch! Weil du Probleme hast, die keinen interessieren. Weil du Schiss vom Schmusen hast, bist du ein Faschist. Du musst deinen Selbst, das Licht auf Wandel projizieren. Damit keiner merkt, was für ein Lieberkern du bist. Ohohoho! Deine Gewalt ist nur ein stummer Schrei nach Liebe. Deine Springerstiefel sehnen sich nach Zärtlichkeit. Du hast nie gelernt, dich artikulieren. Und deine Freundin, die hat niemals für dich Zeit. Ohohoho! Aufschloss! 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 Aufschloss!